Ein verzwickter Fall hält die Justiz in Atem. Jetzt wird's persönlich. Ein Anwalt. Lügen Sie doch weiter, so viel Sie wollen. Am Ende bringe ich die Wahrheit trotzdem ans Licht. Ein Medium. Und ich bin Bürger, ganz viele. Ein dubioser Geschäftsmann. Aber für Sie bin ich Red White. Und ein schier makelloser Staatsanwalt. Miles Edgeworth. Es ist also alles genau so abgelaufen, wie ich es vorhergesagt hatte. Gelingt es Phoenix, das Vermächtnis seiner ermordeten Mentorin zu Ende zu bringen? Ich fordere hiermit die Verhandlung, um einen weiteren Tag zu verlängern. Alles kommt zu einem Schluss. Heute schließe ich diesen Fall ab. Genau, zeigen Sie es ihm, ist der Stachelkopfanwalt. Phoenix Wright Ace Attorney. Wandel der Schwestern. Die letzte Verhandlung. Samstag, 20.15 Uhr. Exido. YouTube. An verzwickter Fall hält die Justi... Fuck you.